Herzlich Willkommen zu der Daily Minute. Heute präsentiere ich dir ein Side-Fact über das Thema Nacken und Nackenschmerzen. Kollegen aus Nordeuropa haben erst kürzlich einen Versuch gemacht und die wollten untersuchen, wie die messbare Muskelaktivität der Nackenmuskulatur während Bürotätigkeiten, also genauer gesagt während einer Arbeitstätigkeit am Computer messbar ist bei Personen mit Nackenschmerzen und Personen ohne Nackenschmerzen. Dazu wurden die Personen in die Studie geholt, die wurden aufgeteilt in Personen mit Schmerzen und Personen ohne Schmerzen. Da wurden Elektroden angebracht, um die Muskelaktivität zu messen. Das Ganze wurde dann durchgeführt, die Arbeit am Computer gemacht und die Daten danach ausgewertet. Jetzt. Die Daten zeigen, dass Personen mit Nackenschmerzen längere, weniger variantenreiche und mehr, auch in der Anzahl mehr, Spannung oder messbare Spannung im Elektromyogramm haben der Nackenmuskulatur. Hier gegen die Personen ohne Schmerzen, die zeigten viel mehr Variabilität in der Dauer und Häufigkeit der Aktivierung der Nackenmuskulatur. Wer sich an ein Video von uns erinnern kann, wir wissen auch, dass Patienten mit Rückenschmerzen mehr Aktivität der Rückenmuskulatur haben und sich weniger bewegen. Also auch hier, das klingt irgendwie ähnlich. Das heißt es für dich, versuch dich bei Bürotätigkeit vielleicht auch mal ein bisschen mehr zu bewegen. Ihr wisst schon, wir haben über Nackenschmerzen schon gesprochen. Schaut euch die Videos gerne nochmal an. In diesem Sinne, bau dir deine Geschichte. Tschüss und bis zum nächsten Mal.